91 Subordinate clauses, 1 Nebensätze mit das, 1 Perhaps the weather will get better tomorrow. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. How do you know that? Woher wissen Sie das? I hope that it gets better. Ich hoffe, dass es besser wird. He will definitely come. Er kommt ganz bestimmt. Are you sure? Ist das sicher? I know that he'll come. Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt. He'll definitely call. Er ruft bestimmt an. Er ruft bestimmt an. Really? Wirklich? Wirklich? Ich glaube, dass er anruft. Ich glaube, dass er anruft. The wine is definitely old. Der Wein ist sicher alt. Der Wein ist sicher alt. Do you know that for sure? Wissen Sie das genau? Wissen Sie das genau? I think that it is old. Ich vermute, dass er alt ist. Ich vermute, dass er alt ist. Our boss is good looking. Unser Chef sieht gut aus. Unser Chef sieht gut aus. Do you think so? Finden Sie? Finden Sie? I find him very handsome. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. The boss definitely has a girlfriend. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Do you really think so? Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich? It is very possible that he has a girlfriend. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Ich darf mir gerne mal American. Also, dass er die Freundin hat. Also, dass er ein Freundin hat.